So, und jetzt kommt Flo Marangotz. Ich finde eigentlich das Abstand der Türkei viel schlimmer als das der Deutschen. Mit Türkonu, Asik, Ilyassova, die hatten eine schwierigere Gruppe, das muss man sagen. Und Leute, die Türkei außerhalb des Heimatlandes, da geht selten was. 2.1 im eigenen Land Vize-Europameister, 2010 im eigenen Land Vize-Weltmeister. Aber wenn die nicht unter dem Druck daheim von den Medien und des Fans stehen, dann zerbröseln die immer wieder. Das haben wir so oft schon erlebt. Ja, das ist auch eine totale Enttäuschung, aber für mich, ganz ehrlich, nicht so überraschend, ich habe die nie zum erweiterten Favoritenkreis gezählt, nie.